Moin, Moin. Ich melde mich noch mal hier aus dem Krankenhaus. Ich kann von hier das Wohnzimmer sehen, den Volkspark. Das ist schon mal für mich eine Erleiterung. Aber wie gesagt, das sieht bei mir gut aus. Ich muss mal sehen, wie es weitergeht. Montag noch und dann vielleicht komme ich dann nach Hause. Alles klar, ich wünsche euch allen den HSV-Spielern vor allen Dingen Glückwunsch. Ich habe den gut gemacht gestern und den Trainern auch. Und natürlich auch die jungen Leute, was ich gehört habe. Ich habe ja noch die Aufzeichnungen hergeguckt. Baldi und so, hat mir sehr gut gefallen. Und natürlich, es gibt nur einen Robert Latzel. Da sind wir uns einig, oder was? Alles klar, nur der HSV, ich mache jetzt Schluss. Peter hat das hier ganz ordentlich. Und mit der Sicht auf das Volksparkstadion geht mir das schon auch sicher besser. So Jungs und Mädchen, erstmal nochmal herzlichen Dank für eure Genießungsgrüße. Und dann geht das weiter. Die ersten drei Punkte haben wir im Sack und gegen Regensburg auch. Und dann sind wir wieder vorne. Alles klar, nur der HSV. Peter sagt, guckt euch das an. Wetter ist schön und ich hänge in der Bude. Das ist noch viel schlimmer. Alles gut. Aber wenn ich das Volksparkstadion sehe, geht mir das Herz auf und geht mir das gleich bisschen besser. Alles gut. Tschüssi, nur der HSV. Alles gut. Alles gut.